Hey, hier ist Vex und heute werde ich mir alte Videos auf meinem Kanal angucken. Das war so circa ein Jahr her, denke ich war das, oder ein, zwei Jahre her. Auf jeden Fall habe ich mir da 5 Videos rausgesucht, die ich mir jetzt angucken werde, beziehungsweise mit euch zusammen angucken werde. Und ich würde sagen, fangen wir einfach direkt an mit dem ersten Video, was ich mir rausgesucht habe. Erstmal brauche ich Kopfhörer natürlich, ich will ja den Sound auch mithören. Das ist Jonas' Force is Real. Da habe ich noch so Trickvideos, sag ich mal, gemacht. Zwar noch nicht so gut, aber wir können es uns einfach mal kurz angucken. Drücken wir mal auf Play, ist nur 12 Sekunden lang. Okay, ein Apfel. Oh, da schwebt er. Ja gut, das finde ich ganz nützlich. Von wann ist denn das? Wo ist das? Am 6.7.2014? Ja gut, dann doch schon mehr als ein, zwei Jahre her. Aber eh schon ein bisschen her, also haben sie auch schon ein paar Leute angeguckt. Okay, läuft. Aber hier war voll witzig. Okay, und dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach das nächste Video an. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von so einen Videos. Vielleicht werde ich sowas auch nochmal machen. Mal gucken. Gucken wir uns das zweite an. Da hatte ich so Spaß an Stop Most und Trick Video. Gucken wir uns das einfach mal an. Das ist ein Lego Duplo der Immobilienhai. So, gucken wir uns das jetzt einmal an und los geht's. Okay, es baut sich erstmal ein Haus auf. Okay. So, Kamera bewegt sich zwischendurch auch nochmal ein bisschen mit. Und das Haus ist gleich fertig. Ah, ich weiß, ich weiß, wie das jetzt... Okay, ich kann mich wieder ändern. Jetzt kommt ein Auto. Und ein Motorrad. Und ein Hai. Lustig. Ja, da fand ich echt Stop Motion mega witzig. Hat mir auch übel Spaß gemacht dann. Oh, da wurde er gefressen. Und... Und der Affe. Ach, er, genau. Der reitet da drauf. Ja, gut. Und jetzt, zack. Und... Okay, das finde ich witzig. Das ist lustig. Das ist von wann? Erster 5. 2014. Auch schon ganz lange her. Vier Kommentare. Doch, so viele. Nice. Cooles Video, cooles Video. Schwieriges Video da. Die Qualität ist wirklich mehr als akzeptabel. Daumen hoch. Vor zwei Jahren. Wow. Hat jemand vor vier Monaten noch gekommen? Ja, lustig. Ich weiß auch, dass ich das mit dem iPad gemacht habe. Das weiß ich noch genau. So, dann würde ich sagen, ich muss aber mal das dritte Video an. Das ist 16... Ne, 13 Sekunden lang. Das ist lustig. Da war ich mir einfach so langweilig. Und dann, ja. Gucken wir uns das einfach mal an. Und play. Okay. Ah. Da stand mein Schreibtisch da noch. Der stand da mal da an der Wand. Okay. Da steht der Schreibtisch. Jetzt auch so, wie er jetzt wieder steht. Lustig. Okay. Gucken wir uns das mal an. Ein Seil. Die Musik ist auch gut. Und. Ach ja. Da weißt du sogar noch, wie ich es gemacht habe. Okay. Das ist lustig. Und gucken wir uns das mal in die Kommentare an. Und warte. Das ist vom 17.7. Auch 2015 noch. Hat das Video einen Sinn? Vor zwei Wochen. Das ist witzig. Ja, gut. Das ist so ein Trickvideo. Aber das könnte man doch besser machen. Also jetzt aus heutiger Sicht. Von damals. Also in der Sicht. Oh, lol. Da sieht man voll, wie ich das gemacht habe. Da. Lustig. Okay. Nächstes Video. Ach, das werde ich jetzt auf jeden Fall nicht ganz angucken. Das ist mein erstes Minecraft-Video, soweit ich weiß. Auf meinem alten PC noch. Das heißt, da hat es ein bisschen gelaggt, denke ich. Ey, hier ist Max. Oh. Oh Gott, die Stimme. Und da oben steht Fraps. Die Minecraft-Betroze auf dem GOMA-HD-Server. Wow. Also die Stimme hat sich da schon echt verändert. Von wann ist das? Okay. Wie ist das vom 29.10. 2015 immer noch? Aber das ist drei Monate später als das? Ja, irgendwie so. Wir sind nur zu zweit. Naja, egal. Dann hol ich mir jetzt mal Blöcke. Dann baue ich mich schnell in die Mitte. Achso, jetzt reichen sie. Ist ja witzig. Ich weiß noch, dass ich da immer mit der Fraps-Test-Version aufgenommen habe. Das heißt, da muss man alle 30 Sekunden so einen Knopf drücken, wenn man wieder aufnimmt. Oh, das ist witzig. Ein bisschen essen. Ja, essen ist gut. Oh Gott, es regnet voll. Die Musik ist auch gar nicht laut oder so in dem Video. So, dann holen wir ein paar Blöcke. Ich will nicht, dass die Mitte kommen. Und geh einfach in die Mitte. Und guck was. Nein, die Brotten sind da. Na ja, so krass leck, dass du... Ah, okay, doch. Aber das ist irgendwie witzig, hier so alte Videos anzugucken. Ah, das ist lustig. Oder YouTube-Rang vor einem Monat. Hier wird halt immer noch kommentiert. Das finde ich so witzig, dass die Leute das jetzt auch noch immer noch angucken. Das finde ich voll witzig. Ja. Nächstes Video. Das ist mein... Ach ja, genau. Goose-Video. Da habe ich noch Goose-Videos gemacht. Ach, dazu wollte ich noch kurz sagen, dass ich im Moment erstmal keine Goose-Videos mehr machen werde. Ich grüße nur Leute, die mir Fan-Poster so schicken. Weil die geben sich halt Mühe und schenken mir was. Also möchte ich die dann auch erwähnen kurz. Ja, cool. Dann gucken wir uns das nochmal kurz an. Da habe ich, glaube ich, einfach nur so stumpf Namen vorgelesen, soweit ich weiß. Und da habe ich noch das Intro gehabt hier. Richtig, ein anderes Video. Stimmt. Ah. Hallo, Lukas. Da habe ich halt auch so die Kommentare ausgesucht, aber das wird jetzt, glaube ich, viel zu aufwendig, wenn ich sowas machen würde. Als zweites hat mich gefragt, Steven Frister, sein Kommentar sieht ja auch hier. Hallo, Steven. Als drittes hat mich gefragt, Lilli Götze, ihren Kommentar sieht ja auch hier. Hallo, Lilli. Der Gruß war für dich. Und jetzt kommt... Gigi. Bis heute. Okay. Ich glaube, das ist richtig ausdrückend. Das ist ja so ein Outro gehabt. Was mich auch gerade noch kurz interessiert. Ich möchte kurz euch zeigen. Geben wir mal kurz ein. Echt so... Mein neues Intro. Genau. Und ein anderes. Genau das hier. Ein Intro für Echt so. Intro für Echt... Und jetzt dachte ich, ich zeige euch jetzt mal mein erstes Intro. Das habe ich noch selbst gemacht. Drei Sekunden lang. Und das zeige ich euch jetzt kurz. Ich finde das irgendwie witzig. Ich finde das auch aus heutiger Sicht immer noch eigentlich voll gut. Außer den schwarzen Hintergrund und das Bild. Das könnte man auch ändern. Aber sonst so an sich... Weiß nicht. Ich bin damit immer noch eigentlich recht zufrieden. Auf jeden Fall kann man da auf jeden Fall einiges noch verbessern. Vor allem, ja, wann ist denn das gewesen? Auch 2015. Und danach, das hat mir irgendjemand geschickt. Das ist das hier. Ja, das ist das. Das ist auch doch 2015. Was mich interessiert, wann ich mein erstes Video geladen habe. Das kann ich auch noch mal ganz kurz nachgucken. Nicht große Beliebtheit. Alt, neu. Hot Wheels Track. Ah, das. Das habe ich auch noch mit dem iPad aufgenommen. Das ist halt nur so eine, ja... Hot Wheels Bahn. Was mir gerade einfällt, das ist da im Hintergrund. Seht ihr das Weiße da? Das ist eine Matratze. Da habe ich als Hintergrund auf eine Matratze genommen, weil wir hatten, glaube ich, da nichts anderes gehabt. So, der Untergang, diese ganzen Kisten haben wir auch als Hintergrund benutzt. Irgendwie verwackelt irgendwie oder so. Egal, irgendwie komisch. Irgendwie verwackelt irgendwie oder so. Egal, irgendwie komisch. Auf jeden Fall, finde ich es witzig, diese alten Videos jetzt mal anzugucken. Und ja, da würde ich mal sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.